Bei Instagram findet Ex-Profi Christian Polanz klare Worte zu Let's Dance, er ist ein Mann der offenen Worte. Das bewies Christian Polanz in den vergangenen Tagen schon des Öfteren. Sowohl in seinem Let's Dance Podcast als auch in seiner Instagram Stories hält er sich nicht mit seiner Meinung zurück. Gerade erst kam er mit Gast Pascal Henz auf die Musikauswahl bei Let's Dance zu sprechen. Anlass waren die Titel für die beiden Paso Dobles von Gabriel Kelly und Sophia Thiel, die sie in der zweiten Entscheidungsshow als nicht ideal empfanden. Pascal Henz erklärte, wenn du irgendein Lied hast, das alle Menschen kennen, und das gut ankommt, dann ist es auch einfach, dazu zu tanzen. Das kommt dann auch besser an, das ist ja normal. Christian Polanz sah das genauso. Oft rödelst du dir zu irgendeiner Kackmusik einen ab, und es kommt trotzdem nicht so cool rüber. Und die anderen stehen einfach nur da und werfen sich zu dramatisch wunderschöner Musik einfach nur einen Blick zu und alle staunen. Doch nicht nur die Musik ist entscheidend, auch die Auswahl der Tänze kann laut Christian einen großen Einfluss haben. Let's Dance – Das stört Christian Polanz. In seiner Instagram-Story erklärte er, ich wollte mich äußern zu den neuen Tänzen in der nächsten Show, weil viele mich angeschrieben haben. Ich finde, es war alles erwartbar. Seit einigen Jahren kann ja alles passieren, was Tänze betrifft in der zweiten Show, und dementsprechend bin ich von nichts da groß überrascht. Eine Sache wollte er im Zuge dessen noch loswerden. Was ich nicht so cool finde, generell ist, wenn man immer nur ein Paar hat, das irgendeinen bestimmten Tanz tanzt. Das entzieht sich dann ein bisschen jeglicher Konkurrenz oder jeglichem Vergleich. Wie will ich zum Beispiel eine Samba mit allen anderen vergleichen? Damit hat er sich vermutlich auf Lina Larissa Strahl und Zolt Sandor Tschecke bezogen, die in der dritten Show Samba zu Che Le Ye Ye von Serge Gainsbourg getanzt haben. Ob sich RTL zu der Kritik äußern wird, bleibt abzuwarten.